Ich kann in Ihnen lesen wie in einem verdammten Buch. Ist einer meiner Fähigkeiten. Leute lesen. Ist professionell bedingt. Bringt mein Beruf mit sich. Was ist denn Ihr Beruf? Ich bin Killerin. Nein, eigentlich nicht. Nicht? Nein, ich bin Kellnerin. Ich liebe Parfum. Das ist, wie sie schick machen. Wenn ich mich das nächste Mal schick mache, bringst du mir dann Blumen? Einverstanden. Würdest du gern mit mir schlafen? Rutsch mal. Danke. Ich habe entschieden, dass ich wieder raufkomme und dich um 15.000 Pfund bitte. Ich habe kein Geld. Ja, du schon. Ich hatte keine Ahnung, dass du damit anfangen würdest, sowas zu sagen, wie dass du Angst hättest, dich mich zu verlieben. Und wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es mir vielleicht nochmal überlegt. Aber jetzt nicht zu fragen, das wäre jetzt auch eine scheiß Lüge, oder? Und wann hast du wirklich gewusst, dass du mich fragen würdest? Wirklich erst, als du in meiner Küche warst? Oder hast du das schon ewig geplant? Ich habe das schon geplant. Untertitelung. BR 2018